Wartan, kein Klusch! Er bringt ihn nicht nur in die gefährliche Situation, sondern er erhält auch weitere Punkte dafür. Aber der Ringer in blau, er befreit sich aus der gefährlichen Lage. Weiter geht's mit der Bodensituation. Ja, der Ringer in rot, er punktet fleißig weiter. 12 zu 0 der Stand und die Beinschrauben, wenn sie noch mal zwei kommen, noch mal 16 Punkte hat der Ringer in rot erlangt. Die Lieferanz von 15 Punkten der Reihe, technisch überlegender Sieger für das Dynamite Team, Wartan Wilger im roten Trikot.